Zwei Aussagen von Daniel Farke, warum aus seiner Sicht Gladbach in letzter Zeit nicht so performt, wie man sich das vorstellt. Über diesem Spiel steht für uns, dass Fußballspieler einfach immer in kleinen Situationen gewonnen oder verloren werden. Und das Zweite, haben sie in der Phase, finde ich, ein bisschen verpasst, dann irgendwie aus unserer Dominanz noch mehr zu entwickeln, um vielleicht schon frühzeitig das Spiel auch komplett in unsere Richtung zu drehen. Aus diesen zwei Zitaten habe ich jetzt zwei Begriffe raus, um für euch darzustellen, was meint er. Aus dem ersten Zitat den Begriff kleine Situationen und aus dem zweiten Zitat das Wort Dominanz. Er hat im Spiel gegen Hertha gemeint, kleine Situationen vor dem ersten Tor, das sie bekommen haben. Hier auf der Außenseite eine Balleroberung der Gladbacher. Man könnte hier zum Mitspieler weiterspielen, aber es passiert ein Fehlpass direkt dem Gegner in den Fuß. Aus diesem Fehlpass, kleine Situation, ist dann das Tor entstanden. Zweite kleine Situation, die er vielleicht meint, ist, ja direkt nach dem Fehlpass wird durch Marco Richter das Tor vorbereitet. Und jetzt schauen wir uns kurz die zwei Spieler der Gladbacher an, die eigentlich verhindern sollen, dass der Pass hier vorne reingespielt wird. Aber ihr Schwerpunkt geht in Richtung Elfmeterpunkt, sprich weg vom Tor. Das erkennt Marco Richter und schafft es, seinen Mitspieler so freizuspielen, dass er dann das Tor zum 1 zu 1 schießen kann. Und hier eine mögliche dritte kleine Situation, die ausschlaggebend in dem Spiel der Gladbacher war, warum sie gegen Hertha verloren haben und das müssen sie gegen Bayern besser machen. Hier setzt sich der Spieler von Hertha auf den Flügel durch und jetzt geht es um das Zweikampfverhalten des Gladbacher Spielers. Er muss mit allem versuchen, diese Flanke zu verhindern, weil aus dieser Situation entsteht das 2 zu 1 der Herthaner gegen die Gladbacher. Die dritte kleine Situation. Und jetzt würde mich brennend von euch interessieren, welche kleinen Situationen kennt ihr im Fußball, die eurer Meinung nach entscheidend sind, ob ein Spiel gewonnen oder verloren wird. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Wort aus dem Zitat, nämlich das Wort Dominanz. Zum einen ist herauszuarbeiten, dass Dominanz ja nur in einem bestimmten Zeitraum bei Gladbach stattgefunden hat. Und das Zweite ist, was meint man denn mit Dominanz? Meint man damit Ballbesitz, dann kann ich es an der Prozentzahl Ballbesitz messen. Meint man angekommene Pässe, dann kann ich es an der Anzahl und an dem Prozentsatz angekommene Pässe messen. Meint man Torschüsse, meint man Flanken, was auch immer. Man weiß es nicht genau, was ein Trainer mit Dominanz meint. Da gibt es viele Begriffe, aber auch für euch. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr unter Dominanz versteht und welche Bereiche ihr im Fußball messen würdet, um nach dem Spiel sagen zu können, wir waren dominant oder eben auch nicht.